Hallo liebe Dinosaurierfreunde, ich begrüße euch ganz herzlich hier zur ersten Podcast-Folge von Jurassic Collectors, dem Podcast rund um das Thema Jurassic World Toys und Merchandise. Das Ganze hat hier seinen Ursprung auf YouTube. Ich bin der Patrick, 34 aus Dresden und bin eben Sammler von Jurassic Park Figuren und Merchandise seit erster Stunde, seit 1994. Und ich mache eben in der Regel YouTube-Videos rund um dieses Thema und ich habe mir aber überlegt, ich würde gerne auch mal einen Podcast zu diesem Thema machen und das soll hier also die erste Folge zu diesem Thema sein. Damit das Ganze natürlich kein Monolog wird, habe ich mir hier einen Gast eingeladen, nämlich den lieben Marcelo, der ebenfalls Jurassic Park und World Figuren-Sammler ist und mit diesem habe ich den ersten Podcast hier zusammen aufgenommen. An dieser Stelle möchte ich noch kurz den Hinweis geben, dass es zu der neuen Netflix-Serie Jurassic World Cow Theory einige Spoiler geben kann, also falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, ihr seid hiermit vor Spoilern gewarnt. Ich möchte außerdem noch zu bedenken geben, dass wir hier die erste Folge aufgezeichnet haben, deswegen verzeiht mir bitte ein paar technische Schwierigkeiten, die sich hier bei der Aufnahme ergeben haben. Bei der nächsten Folge wird es dann besser werden. Und unabhängig davon wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der ersten Folge von Jurassic Collectors. Also erstmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du hier heute bei mir hier im Podcast bist und mit mir quasi Gespräch halten willst oder Zwiegespräch halten möchtest. Genau, Marcelo. Und stell dich doch einfach mal kurz vor für diejenigen, die dich nicht kennen. Lass einfach mal hören. Ja, ich bin der Marcelo. Ich bin aktuell 23 Jahre alt. Der ein oder andere kennt mich vielleicht noch aus Patricks Video, wo wir in Köln waren bei der Jurassic World Dominion Premiere. Und ja, von klein auf war ich schon total Dino begeistert. Und den ersten Jurassic-Kontakt hatte ich tatsächlich früher auf dem Flohmarkt mit einem Jurassic Park Red Rags. Und ab da ging es dann quasi richtig los. Okay, hast du den Red Rags noch? Ich hab den noch, ja. Okay, dann vielleicht noch eine kurze Frage. Was ist denn dein Fokus beim Thema Jurassic Park Figuren sammeln? Mein Fokus liegt halt darin, dass ich halt die Figuren komplett quasi aus der ganzen Serie beisammen haben möchte. Dass ich wirklich sehe, okay, die Figuren waren aus der Zeit, wo das wirklich geboomt hat, wo das richtig cool war zu der damaligen Zeit. Ich meine, das ist ja immer noch, aber das hat einen gewissen Zeitgeist mit sich und hat dieses Dino-Fieber mit eingefangen und es ist bis heute noch drin und ich finde es absolut klasse, wenn man sich die Figuren anguckt und wirklich dieses Real-Feel-Skin auch noch in den Händen hält. Das ist einfach bombastisch. Okay, das heißt, du hast jetzt nicht den speziellen Fokus, dass du sagst, du sammelst jetzt nur die Vintage-Figuren oder nur die speziellen Mattel-Figuren, also du sammelst quasi querbeet. Genau, ja, also ich sammle nicht nur von Jurassic Park die Dinosaurier, sondern auch von Jurassic World, also von neuen Franchise, beziehungsweise die Dinosaurier, die mir auch richtig gut gefallen, die nehme ich mit, die kaufe ich ein und den Rest begutachte ich quasi im Laden oder erfreue mich einfach an anderen Reviews. Okay, also du bist sozusagen der klassische Cherry-Picker, wie man ihn auch schön nennt. Genau. Okay. Du suchst dir die Kirschen raus. Ja, ich pick mir die immer schon raus, genau. Gut, Marcelo, dann vielleicht für alle nochmal eine kurze Rückblende. Wie haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Kannst du dich dann noch entsinnen? Ja, das war tatsächlich früher durch den Rupi-Boltz. Wir hatten damals eine Gruppe erstellt. Ja, da kam halt ein Austausch zustande. Nicht nur über Jurassic Park oder World, sondern auch generell über Dinosaurier und über andere Filmmonster, sag ich mal, wie Godzilla. Da kam ein Austausch zustande. Und das war halt so schön, dass man bis heute noch Kontakt hat. Ja, damit hast du es eigentlich gut zusammengefasst. Also der Ursprung liegt in einem anderen YouTube-Kanal oder durch einen anderen YouTuber, den wir einfach beide eigentlich getrennt voneinander kennengelernt haben. Und dann haben wir quasi über diese Gruppe so ein bisschen zusammengefunden. Okay, dann wollen wir auch direkt einsteigen mit dem ersten Thema. Und ich habe mir so überlegt, wir sind am Zahn der Zeit. Und wir schauen uns mal die neue Netflix-Serie an. Jurassic World Chaos Theory. Und lieber Marcelo, wie war denn dein Eindruck von dieser Serie? Also wo die Serie angekündigt worden ist, dachte ich mir, die muss ich schauen. Die muss ich unbedingt schauen. Wir wurden ja mit fünf Staffeln gefüttert von Universal Jurassic World Neuen Abenteuer. Da hat es dann quasi auch aufgehört. Dann dachte ich mir, okay, schade. Es geht jetzt irgendwie nicht mehr so weiter. Und als es wirklich angekündigt worden ist, dachte ich mir, die muss ich schauen, die Serie. Weil allein schon der Trailer hat so viel mehr geboten als die letzten Trailer von Die Neuen Abenteuer. Das hat was Düsteres an sich, auch ein bisschen mehr erwachsenes Genre, sage ich mal. Dass man wirklich auch vielleicht mal mehr Tode sieht oder auch mal ein bisschen mehr Blut, ein bisschen mehr Gewalt. Was das Franchise wieder zu den Wurzeln quasi zurückzieht. Was mir sehr, sehr gut gefällt. Und das ging mir ähnlich, als der Trailer angekündigt wurde, beziehungsweise als dieser Teaser angekündigt wurde, dass es einfach weitergeht nach der Netflix-Serie Jurassic World Neue Abenteuer. Und ich muss auch sagen, die letzten zwei Staffeln von Jurassic World Neue Abenteuer waren dann schon ein bisschen abgespaced, könnte man sagen. Also ich konnte damit immer noch leben. Aber ja, viele Sammlerkollegen oder viele Jurassic-Freunde hat das eben dann doch schon ein Stück weit abgeschreckt, weil sie auch gesagt haben, okay, ab hier kann ich da leider nicht mehr mitgehen. Aber was ich interessant finde, das ganze letzten beiden Staffeln führen ja zu Jurassic World Dominion hin. Also man kann dann im Prinzip nachvollziehen, warum quasi die Dinosaurier in Jurassic World Dominion, warum die dann diesen Schutzring von alleine gelaufen sind. Das war ja quasi die Überleitung dazu in Jurassic World Neue Abenteuer. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Kannst du mir folgen, Marcelo? Ja, ich kann dir noch folgen. Okay. Okay. Das war aber doch für viele Sammler relativ viel sozusagen oder zu viel. Und jetzt sind wir also quasi wieder an einer Stelle angekommen, wo das Ganze einfach ja etwas erwachsener wirkt, wie du es auch gerade beschrieben hast. Ich denke, dass das auch wieder viele zurückholt zur neuen Serie. Und das, was ich jetzt schon so gehört und gesehen habe, ist die Serie ja sehr, sehr gut angekommen in der ganzen Fan-Community. Ja, also ich stimme dir da auf jeden Fall zu, weil die letzten zwei Staffeln waren da wirklich ein bisschen abgespaced und jetzt wirklich wieder, wie du schon sagtest, wieder mehr Richtung Ursprung zu gehen, ist schon ziemlich super. Also mir gefällt das ziemlich, ziemlich gut. Auch die Kritiker-Reviews im Internet haben da jetzt auch nicht irgendwie was Blödes gesagt, sondern waren auch total begeistert und ich freue mich einfach schon auf die zweite Staffel. Ich will eigentlich nicht spoilern, aber hast du an den Tod von Brooklyn geglaubt? Tatsächlich nicht. Nee, das hätte ich mir wirklich denken können, weil im Prinzip, es ist ja so ein Hauptcharakter und wenn das wirklich abrupt endet, sage ich mal, und Brooklyn tot ist, ja, ich weiß nicht, ob die dann wirklich tot ist, weil ich meine, eine zweite Staffel wurde ja angekündigt und ich glaube schon, dass da so ein Mysterium dann ein bisschen gelüftet wird und dann geht es dann richtig los. Okay, also soviel erstmal zu Jurassic World Chaos Theory. Meine Einschätzung dazu ist auch, ich bin eigentlich ziemlich begeistert gewesen, durchweg von der ganzen Serie. Der Spannungspegel war bei mir konstant hoch. Ich habe zu keiner Zeit den Eindruck gehabt, dass es irgendwie langweilig war. Es gab zwar ruhige Phasen, aber es war irgendwie immer so eine gewisse Spannung da. Einfach durch diese Verfolgung quasi, dass man immer verfolgt wird irgendwie. Das hat für mich ziemlich viel Spannung in das Ganze reingebracht. Und es gab ja vor allen Dingen immer solche Rückblicke auf irgendwelche, ja, potenziellen Verfolger, die quasi sich dann vielleicht auch als völlig harmlose Leute herausgestellt haben. Das fand ich ziemlich cool und das hat bei mir ein großes Spannungsgefüge ausgelöst. Okay, na gut, soviel erstmal zu dieser Serie. Jetzt würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf die Figuren, die zu dieser Serie angekündigt wurden. Lieber Marcelo, wir haben uns schon im Vorfeld kurz dazu verabredet. Und zwar wollen wir mal die ganzen Sets uns anschauen, die bisher bekannt geworden sind. Und zwar gibt es da eine gute Webseite, und zwar gptoys.com. Diese ist so ziemlich immer aktuell, was die neuen Jurassic Park und World Figuren anbetrifft. In dem Fall natürlich Jurassic World Figuren. Und auf diese Seite würde ich dich jetzt mal bitten, dass du diese mal aufrufst, lieber Marcelo. Ja, ich habe die jetzt schon offen vor mir. Okay, super. Dass wir jetzt einfach mal kurz hier durchschauen, welche Sets angekündigt wurden. Möchtest du mit dem ersten Set gleich anfangen, lieber Marcelo? Ja klar, kann ich gerne machen. So, das erste Set ist Jurassic World Chaos Theorie Darius und Atrozerapto Ghost Set. Ja, hier sieht man natürlich Darius jetzt als junger Erwachsener mit einem Taser, beziehungsweise Elektroschocker und mit einem Rucksack, den man auch öffnen kann und gewisse Sachen reinpacken kann. Das finde ich auch echt klasse. Und natürlich Ghost, einer der Haupt-Atrozeraptoren von Jurassic World Dominion. Natürlich jetzt auch hier in der Serie. In der kriechenden Pose. Die kriechende Pose haben wir ja damals als Pantera-Version bekommen. Also ein anderer Atrozeraptor. Meines Wissens nach ist es nicht die beliebteste Pose unter Sammlern. Aber ist schon mal schön zu sehen, dass auch Ghost, ich sag jetzt mal, eine andere Pose bekommt. Ja, was ich natürlich jetzt ein bisschen langweilig finde, ist, dass es natürlich offensichtlich eins zu eins die gleiche Form ist, die man auch schon zu Jurassic World Dominion herausgebracht hat. Nur eben jetzt in einer neuen Bemalung, beziehungsweise in einem neuen Guss. Also man hat ja einfach die Farben ein wenig geändert. Und die Bemalung, gerade Thema Klauen, ja, ist natürlich wieder sehr dürftig. Aber ja, also das ist so mein Kritikpunkt an diesem Set, dass man quasi keine neue Form für den Atrozeraptor hier aufgesetzt hat. Ja, da gebe ich dir recht. Also Krallen und Klauen ist immer so ein Manko mit der Zeit jetzt, dass es nie wirklich beachtet wird. Finde ich sehr schade, weil das ist wirklich so ein Faktor bei Raubdinos, sag ich mal. Und vielleicht doch ein kleiner Manko, wirklich Mecker auf höchstem Niveau. Aber die Streifen sind natürlich auch nicht eins zu eins wie das Tier selbst, ne, in der Serie oder im Film. Auf jeden Fall. Also die Bedruckung ist auch wirklich einfach umgesetzt. Gerade auch am Hals sieht man, dass da gar keine Farbe aufgedruckt wurde. Es ist natürlich eine andere Variante von diesem Raptor, aber die Umsetzung hätte noch ein Stückchen schöner sein können. Wir gucken mal uns den Darius an. Ich finde, den muss ich sagen, der gefällt mir eigentlich ganz gut. So wie man es jetzt hier auf dem Bild sehen kann. Denn das Ganze spiegelt doch ein wenig durch diese Blisterverpackung. Aber den finde ich eigentlich ganz hübsch umgesetzt. Ja, ich finde den auch echt gut umgesetzt. Vor allem die Jacke, auch die Jeans an sich. Martell wird ja teilweise wirklich immer besser, was Klamotten angeht. Also tatsächlich, die Details wirklich sind der absolute Burner. Auch vom Gesicht her erkennt man, dass es eindeutig Darius ist. Es ist echt schön umgesetzt worden. Auch passend mit dem Rucksack, Elektroschocker, das passt. Also mir gefällt es auch echt gut. Auch größentechnisch passt es auch sehr gut mit dem Dinosaurier. Ja, also ich denke, der Rucksack, den finde ich auch ganz cool. Und ich denke mal, der müsste auch zu öffnen sein. An der Seite sieht man so ein kleines Loch, also so einen kleinen Schlitz und so ein Löschlein. Und ich denke mal, dass man da irgendwas reinpacken kann. Vielleicht ist da auch irgendwas drin. Zwar eher unwahrscheinlich, aber man könnte theoretisch irgendwas reinpacken. Ja, also die Klamotten, wie du gesagt hast, sehen wirklich gut aus. Da hat Martell in der letzten Zeit immer mehr zugelegt. Hier sieht man auch diese Downingjacke, müsste das sein. Und diese Felder, die so durch die Naht abgegrenzt sind, das sieht richtig gut aus. Also das, ich will jetzt nicht sagen, es hat Hammond Collection Züge, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal uns das nächste Set an. Hier gibt es den Kenji und den Stiggy Moloch. Wer die erste Staffel von Jurassic World Chaos Theory schon gesehen hat, der hat die Szene mit Sicherheit im Gedächtnis, als unser Kenji hier dem Stiggy Moloch zu Hilfe geeilt ist in diesem, was war das eigentlich? War das ein Vergnügungspark? Was sagst du, was war das? Ähm, ich meine tatsächlich, dass es Ben und Jazz waren. Ach, sorry, ja. Wie heißt die andere nochmal? Ich frage die Namen. Jasmina. Jasmina, genau. Sammy. Sammy und Ben waren es. Sammy, ja. Genau. Ich habe kurz mal überlegt. Ja, ich denke mal, die Szene war halt, wo Ben und Sammy in diesem, ja, in diesem Rastplatz waren, wo so ein Typ drei Stiggy's hatte, als Gastattraktion angekettet irgendwo, mitten in der Wüste. Dafür muss ich sagen, dass der Stiggy Moloch echt gut aussieht, also von den Grundfarben her wurde er echt gut getroffen. Auch mit dem Unterkiefer, dass der jetzt in beige bedruckt worden ist, gefällt mir auch echt gut. Die Hörner auch separat eine andere Farbe bekommen haben, ebenso wie vorne am Schnabel, das gefällt mir echt gut. Bisschen schade finde ich aber doch tatsächlich das Muster, das ist tatsächlich nur ein bisschen oben am Rücken und sonst gar nicht. Bei der Fallen Kingdom Variante hatte man da doch tatsächlich ein bisschen mehr Farbe an dem Tier gesehen. Aber nichtsdestotrotz ist es eine schöne Figur, auch mit Kenji als Beipackfigur, sage ich mal, mit einem Verband und mit dem, wie ich gerne sage, SIA-Verbandkoffer oder Medizinkoffer, wirkt es doch ein recht schönes Set. Ja, Marcelo, da gebe ich dir völlig recht, das habe ich total gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ja Kenji gar nicht in dieser Szene vorhanden war, sondern dass quasi Darius und Sammy das waren. Warum Mattel jetzt hier ausgerechnet den Kenji hier zu dem Stiggy Pakt, keine Ahnung. Vielleicht ist das ein Spoiler auf die nächste Staffel. Das kann durchaus sein, denn die Sets erscheinen ja nicht immer parallel zur Veröffentlichung der ersten Staffel, sondern teilweise greift man mit den Figuren schon ein Stück weit auf die zweite Staffel vor. Ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass die Staffeln gar nicht mal unbedingt als Staffel 1 und 2 gedacht sind, sondern eigentlich, dass die erste Staffel sozusagen aus einem Teil 1 und Teil 2 besteht und dass Netflix einfach halt nur ein Stück weit zeitversetzt veröffentlicht. Also ich denke mal, dass sich das Ganze hier schon auf die erste und zweite Staffel, was man als eine Staffel sehen könnte, also von der Planung her, dass sich deswegen die Sets auch darauf entsprechend beziehen. Na gut, auf jeden Fall ein cooles Set. Ich finde den Kenji auf jeden Fall schön. Ich freue mich grundsätzlich generell darüber, dass diese Doppelpacks wieder ja von Mattel veröffentlicht werden, wo einfach ein Dino drin ist, wo eine menschliche Figur drin ist, ein bisschen Zubehör. Finde ich richtig, richtig klasse. Das finde ich auch, weil das hatte man ja früher gesehen bei der Fallen Kingdom Line, quasi das gefallene Königreich. Da gab es ja auch einen Söldner mit Stiggy Moloch oder Owen mit Blue. Dann gab es noch die Gyrosphere mit Claire. Solche Sets waren halt echt schön, weil da konntest du die Menschen kriegen und halt ein Dino dazu. Also hat sich wahrscheinlich super gut verkauft. Ja, wir denken mal an das Desaster von 2018 zurück. Da hat Mattel die Menschen noch einzeln verpackt, verkauft und da gab es Figuren, die absolute Ladenhüter waren. Und aufgrund dessen hat Mattel wahrscheinlich diese Doppelpacks ins Leben gerufen, um einfach dieser Katastrophe entgegenzuwirken, dass das Ganze nochmal passiert, dass quasi die menschlichen Figuren einfach im Regal hängen bleiben. Ja, da hast du recht. Also früher war es tatsächlich so, du gingst in den Laden rein und du hast massenweise nur Owens gesehen. Ab und zu mal einen Ken Wheatley oder mal eine Claire hängen. Und das war es dann auch wirklich sonst. Der Laden war regelmäßig mit Owens überflutet. Und die waren tatsächlich auch früher sogar mal im Angebot für drei Euro das Stück, weil die sonst keiner kaufen wollte. Und da habe ich natürlich auch zugeschlagen. Ja, da kann man wunderbare Customs draus machen. Aber das lohnt sich natürlich nur, wenn man quasi so wenig Geld für die Figuren bezahlt. Mir persönlich tut das immer weh, so eine 10-Euro-Figur zu zersägen, wenn ich da irgendwas anderes draus bauen will. Deswegen ist das bei einer 3-Euro-Figur natürlich ein Stück weit leichter. Okay, ich würde sagen, schauen wir uns mal das nächste Set an. Das nächste Menschen-Doppelpack. Hier haben wir die Yes und den Monolophosaurus. So, also hier haben wir auf jeden Fall einen Monolophosaurus. Das ist auf jeden Fall eine altbekannte Figur, nur noch mit einem neuen Skin drauf, also mit einer neuen Bemalung. Die gefällt mir schon besser als die vorherige, weil die wirkt tatsächlich ein bisschen noch natürlicher. Da kommt die Figur dann wirklich ein bisschen mehr an die Serienvariante dran. Was ich allerdings hier schade finde, und das haben wir auch beim Sticky Moloch im Übrigen vergessen, oder wollte ich noch ergänzen, dass Mattel auch hier wieder die Bauchbemalung komplett weggelassen hat. Denn sie fangen immer mit der hellen Farbe an am Unterkiefer und am Hals hört es plötzlich auf. Und das hat man jetzt hier beim Monolophosaurus auch wieder gemacht. Da fällt es nicht ganz so stark auf, weil der Unterkiefer etwas dunkler gefärbt ist. Aber beim Sticky, durch dieses helle Beige, wirkt es halt komplett wie so ein Cut, als hätte man einfach den Hals da abgeschnitten. Ja, da gebe ich dir leider recht. Das ist bei den meisten Figuren aktuell so, dass da wirklich ab dem Hals dann gar nicht mehr an Farbe mit bedruckt wird, sage ich mal. Auch an den Krallen, zumindest unten die Füße, da leider auch ein bisschen dran gespart. Aber dafür hat man das Geld genommen und in diese Zubehörteile wahrscheinlich gesteckt. Und zwar an dem braunen Rucksack, weil ich vermute mal, dass man den auch öffnen kann. Genau, und dann haben wir zusätzlich noch einen kleinen Dino mit beigepackt. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, was das genau für ein Dino ist. Ich glaube, es gab da noch ein anderes Bild, was jetzt hier leider nicht zu sehen ist, auf dem man das Ganze als Raptor identifizieren kann. Oder was denkst du? Tatsächlich, also mir kommt das Bild gerade wirklich nochmal vor Augen. Ich denke sogar, dass es ein Compi gewesen ist, den Jazz quasi so in den Arm halten konnte. Aber da bin ich mir auch nicht mehr sicher. Leider spiegelt das leider ein bisschen zu sehr. Ja, die Fotografen haben es ja gut mit dem Licht gemeint. Und das Blister reflektiert relativ stark. Deswegen man sieht leider nur den Körper, aber der Kopf und der Schwanz sind von diesem hellen Reflektionslicht verdeckt. Was sagst du denn zur Yes? Da haben wir ein hübsches Shirt unten drunter, diese braune Jacke und eine helle Hose. Wie gefällt dir das Outfit? Also das Outfit gefällt mir echt gut. Das ist echt schön umgesetzt worden. Die helle Jeans, auch mit der dunkelbraunen Jeansjacke, sage ich mal, oder so in der Art. Ich kann mich gar nicht so richtig deuten. Und mit dem gestreiften Shirt. Das sieht gut aus. Ich meine, Mattel, wie gesagt, die machen das immer besser, mal zu mal. Aber was mir auffällt, Patrick, siehst du das auch unten rechts am Fuß? Hat die sich ein Knöchel gebrochen oder irgendwie? Ich denke mal, das wird hier wieder eine Reflexion sein. Also du meinst diesen weißen Balken neben dem Knöchel? Kann das sein, dass du das meinst? Ja, ja, genau. Das sieht halt aus, als ob man ihren Fuß extra noch bewegen könnte. Aber ich denke nicht. Nee, ich glaube, das lässt Mattel hier mit Absicht weg, weil diese erhöhte Beweglichkeit natürlich ein Markenzeichen der Hammond Collection ist. Deswegen, die Figuren sollen etwas einfacher von der ganzen Beweglichkeit sein. Und es muss natürlich eine gewisse Unterscheidung zu den höherwertigen Figuren da sein. Deswegen lässt Mattel das hier an dieser Stelle weg. Obwohl das natürlich gerade bei dem Zubehör auf jeden Fall ziemlich sinnvoll wäre. Aber na gut, so ist es eben. Wie gefällt dir das Gesicht? Also ich finde persönlich, dass das Gesicht so auf dem Foto zumindest, ich kann es jetzt hier nicht vergrößern, es wirkt so, als wenn es nicht ganz so gut getroffen wäre. Ja, sie wirkt da ein bisschen rund im Gesicht. Jazz an sich kennt man, dass sie doch eher ziemlich zierlich gebaut ist. Ja, es kann tatsächlich am Bild selbst liegen. Wahrscheinlich ist die Figur echt gut umgesetzt. Wie gesagt, wir werden es erst sehen, wenn wir es wirklich vor uns stehen haben. Aber so im Blister drinnen, ja, ich weiß, was du meinst. Da sieht die nicht so exakt aus wie aus der Serie. Nochmal eine andere Frage. Wie gefällt dir denn eigentlich das ganze Boxdesign? Denn für uns Heusammler ist natürlich das Boxart immer noch ein wichtiger Bestandteil. Ich persönlich finde, dass ich es cool finde, dass man quasi unten wieder ja einen Charakter aus der Serie mit aufgedruckt hat und diesmal keinen T-Rex oder keinen Raptor, sondern den Allosaurus, der ja eine wichtige Rolle in der ganzen Serie spielt. Also tatsächlich Darius und der Battle at Big Rock Allosaurus. Also ich finde es klasse, wie Mattel das wieder gelöst hat mit der Box. Zwei Hauptcharaktere. Zum einen, was Dinosaurier angeht, der böse Allosaurus. Darius, mal so gesagt, Darius. Generell im Hintergrund erkennt man ja hier einen Sonnenuntergang, einen Highway, also eine langgezogene Straße, mitten in der Pampa und hinten noch so ein paar Berge im Hintergrund. Das sieht einfach klasse aus. Und ich muss ehrlich sagen, allein schon, dass sie diese Straße genommen haben, das ist ja auch so ein Bestandteil der Serie, dass quasi die Hauptcharaktere die ganze Zeit auf der Flucht sind, wird es hier, glaube ich, echt gut eingefangen. Ja, und natürlich ist das Ganze gepaart mit dieser schönen, typischen Jurassic Park Sonnenuntergangsszene. Ich finde die Verpackung einfach nur richtig, richtig gut gelungen. Die gefällt mir noch besser als die normale Mainline-Verpackung von der Epic Evolution. Also richtig gut gemacht. Wir kommen gleich noch zu den größeren Sets. Da sieht man noch ein paar andere Elemente. Aber das soll es erst mal zur Verpackung gewesen sein. Dann schauen wir uns mal das nächste Set an. Das ist das Jurassic World Darius Adventure Pack. Hier könnt ihr in dieser Box, also das Ganze ist nicht in so einer offenen Blisterverpackung umgesetzt, sondern eben in einer richtigen Box, so wie man das von früher her auch kennt. Also quasi eine Fensterbox mit insgesamt drei Dinosauriern und unserem lieben Darius inklusive einer Waffe. Die Dinosaurier sind in dem Fall ein Demorphodon, den wir schon lange nicht mehr hatten, einen Carnotaurus, den wir bereits aus Jurassic World Dominion kennen, auch aus einer Box und einen weiteren Stiggy Moloch. Ja, das Set ist wieder endlich mal ein Set, wo mehrere Dinos drin sind, mit Mensch und Kanone, sage ich einfach mal, oder mit einer Waffe. Und ich finde es erstaunlich, dass Mattel jetzt hier wieder den Demorphodon tatsächlich wieder mit einpackt, weil den haben wir wirklich seit Dino Escape nicht mehr gesehen. Tatsächlich bei dem, da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass die da vielleicht etwas mehr am Kopf hätten arbeiten können, dass der vielleicht ein bisschen mehr spitzere Zähne bekommt. Aber was hältst du von dem? Ja, also der stimme ich dir vollkommen zu. Der Kopf ist so richtig, richtig oldschool. Die Form stammt noch aus den Anfängen von Mattel, also von 2018. Da hat Mattel den Demorphodon das erste Mal rausgebracht. Und ja, die Figur ist im Prinzip 1 zu 1 die 2018er Variante, obwohl man hier natürlich den Körper neu gestaltet haben wird. Das sieht man jetzt hier auf dem Bild nicht, da natürlich die Figuren alle jetzt dieses aufklappbare SIM-Kästchen haben, wo diese SIM-Karte in Anführungszeichen drin ist, die man dann einscannen kann. Und deswegen wird der Körper neu sein, aber die restlichen Teile sehen alle noch oldschool aus. Okay, kommen wir mal zum kleinen Karnotaurus. Das Modell hatten wir bereits in dem Set von Jurassic World Dominion. Da war bereits dieser Karnotaurus das erste Mal mit verpackt. Und jetzt legt Mattel den nochmal als Repaint in dieser Box neu auf. Aber diesmal eben in den typischen Karnotaurus-Farben. Ja, und was das für ein Repaint ist. Also meine Güte, das Ding wurde ja richtig aufgewertet. Dominion hat zwar so einen juvenilen Karnotaurus rausgebracht, mit diesen Demon-Farben, also schwarz und rot. War ganz gut umgesetzt als Jungtier. Aber hier hat man, glaube ich, wirklich die Karnotaurus-Farben von Jurassic World genommen. Und das sieht man und merkt man auch. Die Farben wirken hier richtig gut. Die Figur könnte man auch locker neben einem ausgewachsenen Tier hinstellen. Und man könnte denken, ja, das ist das Kind von dem. Das gefällt mir echt gut. Das wurde richtig schön umgesetzt. Man könnte ihn auch glatt für einen Karnotaurus-Toro halten, wenn er eine Narbe auf der Nase hätte, was ja Mattel bei den letzten Sets immer mit aufgemalt hat. Das hat diese Figur jetzt hier nicht. Aber man könnte ihn rein von der Farbe her durchaus für eine kleine Variante vom Toro halten. Gut, dann haben wir noch einen letzten Dinosaurier, und zwar einen weiteren Stigimoloch, aber hier in einem grünlichen Ton gehalten. Und das finde ich richtig cool, denn wir hatten bisher noch keinen grünlichen Stigimoloch. Wir hatten zwar mal diesen Dracorex in einem grünen Ton, aber ein Stiggy, das ist eine regelrechte Premiere. Ja, das ist auch für mich relativ neu und erfrischend, muss ich sagen, weil Stiggy's laut meinem Ansehen her sind meistens immer nur beige oder in diesem Rostbraun. Aber jetzt mal eine grüne Variante zu sehen, ist auch mal erfrischend, weil Dinos haben nicht immer nur dasselbe Muster, dieselben Grundfarben. Die unterscheiden sich natürlich auch. Und das sieht man auch in der neuen Serie Chaos Theorie, dass da die Dinosaurier auch verschiedene Muster haben und auch tatsächlich verschiedene Grundtöne. Also das ist echt schön umgesetzt. Man muss natürlich dazu sagen, dass in Jurassic World Fallen Kingdom gar nicht so viele Dinosaurier ausgebügt sind. Und ich denke mal, dass das hier schon wieder eine neue Kreation von irgendeinem Unternehmen ist, die hier damit irgendwie Geld verdienen wollen oder wie auch immer auf jeden Fall. Es gibt ja in der Serie oder generell auch in Jurassic World Dominion ja mittlerweile so viele verschiedene Dinosaurierarten, die man ja in Fallen Kingdom gar nicht gesehen hat. Ich denke mal, dass hier die neue Serie da auch noch ein Stück weit Auflösung bringt, wie es zu diesen vielen verschiedenen Arten gekommen ist. Ja, da gebe ich dir recht. Also nach Fallen Kingdom hat man ja genau gesehen, welche Dinosaurier und wie viele von Dinosauriern auch wirklich ausgebüxt sind. Also da können ja quasi wirklich nur die, ich sag mal, illegalen Unternehmen hinterstecken. Das wird ja, glaube ich, auch teilweise in Dominion erklärt, auch wahrscheinlich in den nächsten Staffeln von Chaos Theorie. Ja, und ich glaube, Darius wird da schon hinterkommen. Und wenn wir schon von Darius reden, wie gefällt dir denn die Figur hier? Unser Darius mit Mega XXL Superkanone. Ja, ich denke mal, das wird hier ein bisschen auf die erste Staffel anspielen. Da gab es ja auch so einen kleinen Netzwerfer, den Darius in seiner Hütte verwendet hat. Kannst du dich an die Stelle erinnern? Ja, das war eigentlich ganz cool, weil das Ding kam aus dem Nichts irgendwie, wurde aus dem Nichts benutzt. Dachte ich mir, boah, das ist aber, das ist was das für eine Kanone hier. Voll dem Atociraptor mitten ins Gesicht. Genau, und Mattel hat das Ganze hier aber in einer etwas größeren Variante umgesetzt. Das ist so ein bisschen oldschool, wie eben Kenner das auch damals gemacht hat. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Der Darius daneben, der sieht auf dem Foto irgendwie so ein bisschen aus, wie der Darius aus Camp Cretaceous. Also sieht so etwas kindlicher aus. In dem anderen Set, da sieht er deutlich erwachsener aus. Ich weiß nicht, ob das hier an dem Bildwinkel liegt. Auf jeden Fall sieht er hier deutlich jünger aus. Und ja, nicht nur ein bisschen jünger, sondern tatsächlich auch im Vergleich kleiner als die Dinos. Nicht wie zum Beispiel jetzt Kenji oder Jazz, die wirklich erwachsen wirkten, sondern hier tatsächlich auch ein bisschen kleiner. Ein Schrumpf-Darius sozusagen. Genau. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Set. Und zwar das Ben Escape Set. Das ganze Set ist wieder in einer Box umgesetzt, in so einer Fensterbox sozusagen. Da haben wir einen Atrocyraptor drinne, einen Dilophosaurus, dann ein Betäubungsgewehr und natürlich unseren Ben hier in der Erwachsenenform. Ja, ich glaube, ich fange einfach mal mit Ben an. Also Ben wurde hier auch richtig gut getroffen. Die Jeans sieht top aus. Auch die Jacke super gut getroffen. Ebenso wie sein Shirt da drunter. Ich glaube, der kommt auch mit seiner kleinen Wollmütze, oder? Ich wollte gerade sagen, ich denke, dass das gar nicht die Mütze ist, sondern dass das seine Haare sind. Würde ich mal fast behaupten, oder? Also man sieht es auf jeden Fall. Ja, die Fotos sind halt immer nicht so gut von der Auflösung. Ich würde sagen, das sind die Haare. Ja, ich denke auch, dass es eher die Haare sind. Aber naja, wir werden es ja sehen. Wenn nicht, das ist dann auch nicht schlimm, wenn er ohne Mütze erscheint. Aber ja. Was mich allerdings wundert, ist, dass hier ein Dilophosaurus auftaucht. Denn in der ersten Staffel war bisher kein Dilophosaurus zu sehen. Deswegen wundert es mich ein wenig, was er hier macht. Vielleicht ist das wieder ein Spoiler auf die zweite Staffel. Auf jeden Fall. Es fühlt sich für mich ein Stück weit an wie so Füllmaterial, dieser Dilophosaurus. Denn das ist auch wieder das Modell von 2018 mit nicht besonders vielen Bewegungspunkten und auch wieder diesem Giftstrahl, den man einfach reinstecken kann ins Maul. Der wirkt für mich einfach wie ein Stück Füllmaterial. Also das definitiv. Allein schon von den Farben her kommt der echt nah dran. Auch was das Muster angeht. Auch am Kopf, auch an den Oberschenkeln. Es wirkt wirklich fast wie aus einem Film. Und das gefällt mir richtig gut. Schade ist hier wieder nun mal... Klar, die Krallen wurden nicht bemalt. Dafür hat man ein bisschen mehr in den Kragen investiert. Mit diesen richtig krass hell leuchtenden Farben in diesem Gelb und Rot. Natürlich nicht eins zu eins. Das Muster aus Jurassic Park. Aber dafür muss ich sagen, ist es echt gut gelungen. Und wenn ich mich nicht irre, sieht man am Kopf ganz leicht weiße Umrandungen. Stimmt das? Kannst du das auch sehen? Ja, das könnte tatsächlich sein. Ich denke mal, dass man sich mit dem Dilophosaurus an der vorangegangenen Staffel an Camp Cretaceous orientiert, wo die Dilophosaurus ja mal ihren Auftritt mal wieder hatten. Ich denke mal, das müsste das gleiche Muster sein, oder? Kann das sein? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine ja, weil aus Camp Cretaceous wurde das Muster quasi wirklich aus Jurassic Park übernommen. Weil wirklich der Aufschrei war ja riesengroß. Bringt den Dilo nochmal zurück. Ich war auch total begeistert. Ich bin Dilophosaurus-Fan durch und durch. Aber ich glaube, dass in der Serie das Muster nicht ganz identisch war zu dem Original aus Jurassic Park. Ich glaube, da gab es eine gewisse Differenz und das hat man jetzt hier auch wieder mit aufgedruckt, würde ich mal behaupten. Ja, das kann gut sein. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber wahrscheinlich hast du recht. Okay, dann kommen wir noch zu dem Atrocyraptor. Der ist rein von der Bemalung her wirkte auf mich wie der Atrocyraptor aus dieser Sonderserie, aus dieser Walmart-Exclusive-Serie, beziehungsweise bei uns hier in Europa gab es die auch. Mir gefällt der sehr gut. Auf jeden Fall ein Upgrade zu dem vorherigen Modell. Hier kommt er tatsächlich auch an die Filmvariante tatsächlich dran. Also das ist der Atrocyraptor Tiger. Ähnelt an die Jurassic Park 2 Raptoren. Klar, mit seinen eigenen paar Einzelheiten, aber die Figur gefällt mir echt gut. Schade wiederum nur. Natürlich nicht die Krallen bemalt, aber das ist Gemäck auf höchstem Niveau. Ja, du forderst einfach zu viel. Du darfst zu viel erwarten. Okay, was ich noch dazu sagen wollte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Target-Exclusive-Boxen sind. Also diese Sichtfensterboxen mit den Charakteren drin. Jetzt kommen wir noch zur nächsten Box, die Kenji Motor Chase Pack sich schimpft oder sich nennt. Da haben wir, wie der Name schon sagt, unseren Kenji in erwachsener Form, ein Motorrad, dann haben wir einen kleinen braunen Raptor und nochmal einen grünlichen Atrocyraptor. Kenji hat jetzt hier sein normales Outfit an. Die blaue Jacke, blaue Hose mit einem grünen Hoodie, wenn ich mich noch richtig erinnere. Oben rechts erkennt man ja noch so ein kleines Telefon. Kann es sein, dass das Telefon von Brooklyn ist? Ja, aber das hat eine Antenne oben dran. Das ist kein richtiges Smartphone in dem Sinne. Das sieht eher aus wie so ein kleines Walkie-Talkie. Ich dachte schon, dass das das gleiche Walkie-Talkie ist, was hier bei dem Claire-Set mit drin war von Jurassic World Dominion. Da gab es ja auch dieses Claire- und die Lofosauer-Set und da gab es ja dieses kleine, ja, diesen Pieces, Teilsender oder was auch immer das war. Und ich glaube, dass man das gleiche Teil hier bloß in einer neuen Farbe hier mit reingepackt hat, würde ich behaupten. Ja, das kann gut sein. Was ich aber cool finde, wir haben hier eine Kenji-Variante. Das heißt, der Kenji hat nämlich hier die blaue Jacke drüber über diesem grünen Hoodie und in dem kleinen Set, was wir vor uns besprochen haben, da hat Kenji natürlich nur diesen grünen Hoodie an. Also hier hat man auch einen gewissen Anreiz, die beiden Sets sich zu holen, da man einfach verschiedene Figuren hat, was ich sehr, sehr schön finde. Besser als 10.000 Owens. Da hast du auf jeden Fall recht. Und Kenji sitzt hier auf einem Motorrad und das Motorrad, der sieht ziemlich stylisch und schnittig aus und ist auf jeden Fall ein neues Modell und nicht das lästige Owen-Motorrad, was schon gefühlt in fünf Packungen mit drin war. Sehr, sehr schön, gefällt mir gut. Was sagst du zu der Maschine? Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Maschine, auf jeden Fall. Vor allem ploppen die Details auf jeden Fall wirklich sehr heraus, auch mit den Stoßdämpfern, mit der Federung hinten dran, mit den ganzen kleinen Einzelteilen. Also es wirkt richtig gut und echt schön gemacht. Auch die Aussparungen zwischen den Rädern, das wirkt, das wirkt auch richtig gut. Die Maschine bringt so ein Feeling mit, was diese Modellbau-Motorräder immer haben, also die man so fertig kaufen kann. Die sind ja auch immer sehr, sehr detailliert und hier kommt Mattel mit dem Motorrad schon, ich sag mal, dem ziemlich nah. Nicht perfekt, aber es sieht auf jeden Fall, wie du gerade beschrieben hast, sehr, sehr detailliert aus für Mattel-Verhältnisse. Ja, dann haben wir noch einen kleinen Raptor und dieser Raptor, ja, den kenne ich persönlich aus dem Owen-Set, was 2018 erschienen ist. Da gab es den Owen mit dem kleinen Baby Blue und das gleiche Modell hat man jetzt quasi hier nochmal neu gegossen, aber hier in einer braunen Variante. Ja, die Baby-Raptor-Figur ist echt goldig, weil das ist eine der kleineren Figuren, die auch richtig gut umgesetzt worden sind. Wie du schon meintest, Patrick, die Figur kam ja schon mal raus mit einem Owen, aber als Blue-Variante, als Baby-Blue. Hier ist der Kaufreiz dann doch tatsächlich dann ziemlich hoch bei mir, weil ich dann natürlich auch die anderen drei Raptoren noch umbemalen würde, dass ich dann quasi die Raptor-Squad halt noch in Jungtier-Variante hätte. Das wäre natürlich auch hier sehr verlockend, aber ich muss sagen, das ist kurios, dass die Figur mit eingepackt wird. Eventuell ein Spoiler für Staffel 2. Wer weiß, wer weiß. Was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, ist, dass wir noch einen grünen Atrozi-Raptor mit in dieses Set gepackt haben. Und mir ist es vorher gar nicht aufgefallen, ich habe das durch einen Facebook-Post jetzt erst nochmal wiederentdeckt oder mir ist es dann halt bewusst geworden und zwar, dass die Atrozi-Raptoren offenbar über eine gewisse Tarnfähigkeit verfügen, denn in einer Szene, als ein Atrozi-Raptor auf die Gruppe zuspringt und auf irgendeinem Gegenstand landet, ich glaube, es war eine Kiste oder irgendwas oder ein Auto, hat der Raptor seine Farbe kurzzeitig gewechselt, nämlich in so einem Grünton und scheinbar zeigt man das mit dieser Figur. Ja, als ich die Szene gesehen habe, dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Da war ich auch ehrlich gesagt überrascht und wusste auch nicht, dass Atrozi-Raptoren das auch machen können. Also, das war ja wirklich von Grün auf Ghost-Farben und dann auf Panthera-Farben, dann dachte ich mir, okay, und tatsächlich, so wie du, habe ich das dann auch durch einen Post im Internet mitbekommen, dann dachte ich mir, ach, dann haben meine Augen doch richtig gesehen. Das Interessante daran ist natürlich, dass man das in Jurassic World Dominion überhaupt nicht gesehen hat, dass quasi diese Fähigkeit vorhanden ist, da hat man einfach nur diese typische Form, die man eben aus dem Film kennt, gesehen, aber eben diese Farbwechselgeschichte war da nicht zu sehen. Deswegen, ich war echt sehr, sehr überrascht darüber. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Set, was hier auf der Homepage zu sehen ist, und zwar ist dieses Set noch nicht mit Verpackung abgebildet, sondern nur die Figuren im Einzelnen, und zwar ist das hier wieder ein Dreier-Set mit einem Ben, diesmal ohne Jacke, nämlich nur in seinem orangenfarbenen Shirt, er trägt einen Koffer in der Hand, dann haben wir einen Galimimus in einer braunen Variante mit orangefarbener Bedruckung und das absolute Highlight, Marcelo, es ist ein Suchomimus. Sehr, sehr cool. Also, über dieses Bild habe ich mich richtig gefreut, denn der Suchomimus kommt ja auch in der Serie vor und ich hatte es in der Trailer-Besprechung, als der Trailer damals rauskam, hatte ich es schon erwähnt, dass eben der Suchomimus in der Serie vorkommt und jetzt hat Mattel den hier noch als Figur veröffentlicht oder wird ihn veröffentlichen und er sieht einfach nur geil aus. Ja, das definitiv. Also, ich glaube, lass uns wirklich erstmal mit dem Suchomimus anfangen, weil da muss man drüber reden. Also, die Farben, wirklich, das Muster an sich wie aus der Serie, das ist top, gefällt mir richtig gut und klar, ein Riesenunterschied ist auch hier Hals und Kopf und halt auch der Rückenbereich. Da wurde natürlich ein bisschen überarbeitet, die Beine sind identisch wie aus der 2018er-Variante, ebenso wie die Arme, ne, das Ding gefällt mir richtig gut, vor allem mit den spitzen Zähnen, wie Mattel das jetzt gelöst hat. Unglaublich! Ja, also die Zähne sind wirklich der absolute Hammer und ich bin auch sehr froh darüber, dass Mattel diesen Gummizahnschuh, sage ich jetzt mal, ja, wirklich überall durchzieht, wo sie es eben einsetzen können und auch der Sucho hat jetzt richtig schöne spitze Gummizähne und man sieht auch auf dem Foto jetzt nicht unbedingt, dass sehr viel überschüssiges Material zwischen den Formteilen noch mit dazwischen ist. Also, verstehst du, was ich meine? Also, bei den Zahnreihen sieht man ja manchmal immer noch so ein bisschen Gummiteile und hier sieht man das aber kaum. Das finde ich richtig, richtig klasse, sieht einfach nur toll aus. Ich bin da echt happy über diese Entwicklung. Auch der Kopf an sich sieht schön aus. Klar, das ist der Kopf aus der Serie und wie du gerade schon gesagt hast, die Arme und Beine sind tatsächlich die gleichen wie aus den ersten beiden Serien, wo das Modell das erste Mal veröffentlicht wurde. 2018 gab es das Modell das erste Mal und dann gab es das gleiche Modell nochmal als Repaint in der darauffolgenden Serie, in der Dino Rivals Serie. Genau, also deswegen hat mich das amüsiert gerade, dass du das auch schon erkannt hast. Ja, du bist eben Sammler durch und durch und Sammler erkennen das eben, ob die Teile nochmal neu designt wurden oder ob sie einfach nochmal nachgegossen wurden. Wie gefällt dir der Gallimimus? Der neue Galli, der gefällt mir richtig gut. Allein schon Hals- und Kopfform ist mal was Neues, was komplett, also wirklich komplett neu. Ich glaube, das komplette Modell wurde neu gemacht. Arme bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich finde es schön, wie die das mit der Artikulation geregelt haben, weil ich denke, dass man den Unterkiefer auch nochmal öffnen und schließen kann. Da stimme ich dir vollkommen zu. Diese beweglichen Mäuler bei Pflanzenfressern hat Mattel ja noch nicht ganz so lange im Programm. Angefangen haben sie damit, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, bei der Hammond Collection und haben das jetzt auch in die normale Serie oder sie übernehmen es teilweise auch in die normale Serie, was ich sehr, sehr schön finde, denn in der Regel können ja nur die Fleischfresser ihre Mäuler öffnen und jetzt können sie eben auch hier die Pflanzenfresser ein Stück weit und dass man hier mit dem Gully anfängt, finde ich, ist eine schöne Entwicklung. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gefällt dir die Bemalung? Ja, die Bemalung ist hier natürlich recht simpel gehalten, also generell ein dunkelbraun Ton mit ein paar orangenen Farbmarkierungen am Rücken entlang und auch ein bisschen am Kopf. Sieht aus wie eine Maske. Ja, ich meine, es ist in Ordnung. Es ist jetzt quasi so als Zubehör für den Suchomimus, damit er was zu fressen hat. Aber es ist nett gemacht. Ja, genau. Gully to go, ein Gully-Mimus-Bürger zum Mitnehmen. Okay, dann haben wir noch den Ben, der hier in seinem orangefarbenen T-Shirt kommt und was mir hier auffällt, ist, dass das T-Shirt etwas über den Bauch hinaus aufgedruckt wurde, was man sonst normalerweise eher nicht so bei den Figuren hat. Normalerweise hören die Shirts immer bei diesem Gelenk auf. Hier hat man das eben weitergeführt und etwas übergedruckt. Allein schon an dieser kleinen Strichlinie erkennt man, glaube ich, dass man generell das mit dem Torso, dass sie das jetzt so geregelt haben, dass man den jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr bewegen kann. Na, die Torsoartikulation haben die Basic-Figuren aber schon immer. Weißt du, was du das jetzt meinst? Achso, ja, dann habe ich die wirklich noch nie wirklich angefasst, angerührt, wie auch immer. Du hast einfach zu wenig von den Basic-Figuren. Ja, genau. Aber, ja, der ist eigentlich ganz cool umgesetzt und er hat hier diesen Koffer. Ich glaube, in den anderen Fotos, die jetzt hier nicht abgebildet sind, hat man in dem Koffer verschiedene Eier gesehen, die auch in verschiedenen Farben bemalt wurden. Ich nehme mal an, dass das hier wieder ein Spoiler auf die zweite Staffel ist. Ja, das denke ich auch. Allein, weil man halt da verschiedene große Eier gesehen hatte, auch mit verschiedenen Farben, tatsächlich, ich glaube, noch mit zwei Eierschalen quasi, dass da schon Dinos rausgeschlüpft sind oder so. Man muss abwarten. Abwarten und gucken und sich überraschen lassen. Na gut, damit wären wir erst mal hier, was die, ich sag mal, besonderen Sets anbetrifft. Achso, wir haben noch ein paar Einzelfiguren, sehe ich gerade. aber die sind jetzt nicht unbedingt Camp Cretaceous spezifisch, wobei doch, wir gehen mal noch auf und zwar etwas weiter unten haben wir noch einen Baby Apatosaurus und ich könnte mir vorstellen, dass dieser auch in der Serie noch vorkommen wird, da die Apatosaurier auch in Jurassic World Dominion schon auf dem Festland zu sehen sind. Ja, also es ist auf jeden Fall eine schöne Erweiterung, was Baby Dinosaurier angeht. Wir haben jetzt schon den Baby Brachiosaurus gesehen und wo jetzt der Baby Apatosaurus angekündigt worden ist, dachte ich mir, der sieht ja super aus. Also der gefällt mir echt gut, den kann man auf jeden Fall, also der kann sich wirklich blicken lassen. Auch schön, dass er hier wieder ein bewegliches Maul hat. Genau, und eben wie der Gallimimus eben hier entsprechend das Maul auf und zu machen kann. Es ist einfach eine schöne Entwicklung. Ich finde das einfach eine tolle Sache, dass Mattel jetzt hier immer mehr auf uns liebe Sammler und Fans hört und ja, einfach die Figuren noch weiter optimiert, insofern das eben hier bei dem Preissegment machbar ist. Gut, lieber Marcelo, ich glaube, damit sind wir erstmal so ziemlich durch, was die ganzen Spezialfiguren hier für Jurassic World Camp Cretaceous anbetrifft. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Verfügbarkeit in Deutschland an, beziehungsweise was du vielleicht schon gesehen hast, was bei uns hier von diesen Sets erscheinen dürfte. Ja, ich war ja letztens nochmal auf der Jagd. Das mache ich ja ziemlich gerne. Ich bin mehr so der Typ, der in die Läden reingeht und sich das einfach so mal anschaut, weil da hat man wirklich noch das Gefühl, ja, wenn du es findest, dann freust du dich, weil dann suchst du aktiv danach und nicht nur einen Klick, dann hast du das. Aber ich fand es jetzt über die Zeit ziemlich schade, meinte ich, zu sein, dass sich wirklich fast nichts gemacht hat. Also, ich war in Müller-Filialen, ich war in der Smiths-Filiale, da hatten die jetzt auch nicht mehr so viel Auswahl wie vor einem halben Jahr. Ja, also dieses Bild zeichnet sich auch bei uns ab. Gerade die Müller-Filialen sind hier wirklich mehr oder weniger mit altem Zeug quasi überladen. Also, wir haben hier tonnenweise irgendwelche alten Sets. Das Set mit Kenji, das gibt es bei uns noch gefühlt an jeder Ecke. Irgendwie wird das Müller auch nicht los, aber irgendwie gehen die Sets auch nicht in den Seel, dass die mal rauskommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall haben wir tonnenweise alten Stuff. Aber ich muss noch mal kurz dazwischen grätschen. Wir haben die Wild-Raw-Figuren komplett vergessen, lieber Marcelo. Oh. Und zwar sind noch vier elektronische Figuren, die ebenfalls zu Jurassic World Chaos Theory angekündigt wurden und man hat sie zuerst in einem YouTube-Video gesehen und dann hier auf der Seite beziehungsweise die Figuren wurden zum Teil eben jetzt auch schon bei uns hier in den Filialen angekündigt, was ich sehr, sehr schön finde. Und zwar habe ich zuerst den Ceratosaurus, der hier in einem grünen Ton umgesetzt ist, auf der Müller-Homepage entdeckt. Ja, das ist natürlich schön, dass Müller natürlich hier immer mal wieder so ein Update bringt für die aktuellen Figuren. Das gefällt mir echt gut, damit man überhaupt mal mitbekommt, ja, die kommen oder die kommen nicht. Bei den Ceratosaurus gefällt mir die Kopfform echt gut, die Zähne, da braucht man nicht drüber reden, die sind top, die sind wunderbar. Der Schwanz ist glaube ich bei der Figur jetzt auch einen Ticken länger. Ja, was ich aber sagen muss, ich finde, der sieht ziemlich comichaft aus, also in Form von, dass er sehr große Ähnlichkeit hat mit dem Ceratosaurus aus der Serie, also in dem Fall ist es Camp Cretaceous, wo man ihn sehen konnte, denn in der aktuellen Staffel von Chaos Theory kam er bis jetzt noch nicht vor. Wieder ein Spoiler wahrscheinlich auf die nächste Staffel, genauso wie auch die Figur, die sich darunter befindet, nämlich der Mayungasaurus mit dem Namen Major, der hier noch auf der Webseite zu sehen ist. Und ich denke mal, auch das werden wir in der zweiten Staffel sehen können. Na gut, ich wollte noch kurz ausführen und zwar der Ceratosaurus hat ja diese comichafte Erscheinung, finde ich zumindest, wenn ich mir im Vergleich dazu die Hammond Collection Variante anschaue oder auch die regulären Figuren, die vorher herausgekommen sind, muss ich sagen, ja, wirkt dieser Kopf sehr, sehr comichaft. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja, ne, alles gut, da ist er auf jeden Fall recht, klar, ist natürlich eher an die Serie, ne, angelehnt, aber ich habe immer noch die allererste Variante von dem Ceratosaurus, also von Fallen Kingdom und mit der bin ich auch mehr als zufrieden. Okay, also mit anderen Worten, du wirst ja den nicht zulegen, den Ceratosaurus in grün hier? Ne, tatsächlich nicht, weil ich warte da, glaube ich, erst mal ab, ne, wie es mit der Serie aussieht, ob der da auch tatsächlich erscheint, weil das letzte Mal war es ja bei den Verpackungen ja auch so, dass man Camp Cretaceous ganz groß drauf stehen hatte, aber die Dino-Art tatsächlich nicht vorkam, ne, also einfach mal abwarten, aber ich glaube, ich bin mit den beige-roten Musterungen doch ein bisschen mehr, also da bin ich, glaube ich, schon sehr zufrieden mit. Naja, das sieht dann ein bisschen anders aus bei dem Majungasaurus mit dem Namen Major, denn er hat ja einen spezifischen Namen, deswegen wird er definitiv in der Serie vorkommen, da gebe ich dir Brief vom Siegel, denn warum sollte die Figur sonst einen expliziten Namen tragen? Ja, da hast du recht, also ich glaube, die Figur wird auf jeden Fall eine größere Rolle spielen in der zweiten Staffel. Ja, auch hier, ne, das ist natürlich ein komplett neues Modell. Ich glaube, das letzte Mal war ja bei der Primal Attack 2020, wo wir einmal Majungasaurus bekommen haben. Da muss ich auch leider sagen, die 2020er-Version gefällt mir um Welten besser als die hier. Vielleicht, ne, stimmt mich die Serie um, aber da bin ich, glaube ich, doch noch ein bisschen so bei der Oldschool-Mattell-Version. Okay, das erstaunt mich jetzt, denn ich persönlich finde da im Vergleich jetzt die Oldschool-Variante nicht so hübsch, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Frosch mit seinem Maul und seiner grünen Farbe. Also ich persönlich finde den da hier deutlich besser. Mir gefällt er auf jeden Fall. Ja, ist ja gut. Ich freue mich auf das Modell. Dann ein Modell, was auf jeden Fall noch in der Serie schon zu sehen war, ist der Pachy Rhinosaurus. Auch eine komplett neue Figur hier in einem braunen, ja, in einer braunen Farbe gegossen und man hat hier sogar relativ viele Farbapplikationen aufgebracht, zumindest was den Kopf anbetrifft. Wir haben hier insgesamt eins, zwei, drei, ja, drei verschiedene Farben, was für ein einziges Modell beziehungsweise für einen einzigen Kopf schon relativ viele Farben sind, zumindest mit Rückblick auf die vergangene Historie, was die Mattel-Figuren anbetrifft, da Mattel ja leider immer weniger Farben einsetzt. Ja, immer weniger Farben, leider, aber da muss ich sagen, dafür hat der eine richtig coole Action abbekommen. Und zwar hebt der ja seinen Kopf an, wenn du da oben am Rädchen drehst und die Action, also von der Federung nehme ich jetzt mal an, ist schon stärker als die vorherigen Herbivoren, weil der schlägt seinen Kopf, wie auf einem YouTube-Video zu sehen war, also wirklich sehr weit nach hinten und das mit Schmackes und das gefällt mir auch echt gut. Die Sounds sind wirklich auch wunderbar. Klar, er ist natürlich sehr simpel gehalten, was die Farben angeht, aber dafür trotz echt super schön. Die Figur gefällt mir auch richtig gut. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Modell dann hier irgendwann mal im Regal steht. Was mir allerdings aufgefallen ist, wir haben in dieser Wild-Raw-Serie noch ein weiteres Modell und zwar ist das der Parasaurolophus und du hast gerade von diesem Rädchen gesprochen und man sieht allerdings bei dem Parasaurolophus, dass dieser nicht über dieses Rädchen verfügt, sondern er hat einen Knopf, mit Hilfe dessen man Sound und Licht aktivieren kann. Und die anderen Figuren haben eben entsprechend dieses Rädchen. Eine Eigenart, was Mattel normalerweise eigentlich nicht zu einer laufenden Serie macht, dass sie das Action einfach mal tauschen. Bei der Licht-Action muss ich sagen, das ist eine richtig geile Idee, weil es auch jetzt endlich zu dem Parasaurolophus passt, also diesen Lux Parasaurolophus, wie man das auch immer unter welchen Kreisen auch immer benennt. Das ist tatsächlich so, wir haben ja schon mal eine Variante bekommen in Camp Cretaceous mit noch dem alten Modell. Da war das tatsächlich nur drauf gesprüht mit einem etwas mit so Metallfarben, ein bisschen Neonfarben sogar noch ein bisschen mit rein, aber hier hat man wirklich die Idee der Ideen umgesetzt und das ist richtig klasse. Also ich finde ihn in Parasaurolophus auch auf jeden Fall richtig gut und dieser Parasaurolophus hat als einer der ersten Mainline-Figuren als großer Pflanzenfresser nämlich ein bewegliches Maul, was ich sehr, sehr schön finde. Allerdings hat Mattel dafür das Gelenk am Hals eingespart. Man kann leider seinen Hals nicht bewegen. Er hat quasi einen steifen Nacken. Dafür hat man eben diese Licht-Action. Also man sieht schon, Mattel hat hier ein gewisses Kontingent für die Figuren zur Verfügung, was die Produktionskosten anbetrifft und je nachdem, wenn irgendwas ausgetauscht wird oder wo der Fokus drauf liegt, in dem Fall ist es die Licht-Action, muss halt wo anders gespart werden, um offensichtlich in diesen Produktionskosten drin zu bleiben. Damit haben wir zumindest die vier Wild-Raw-Figuren abgehakt oder abgefrühstückt, dann schauen wir uns mal die nächstgrößere Serie an, nämlich die Gigantic Trackers. Hier haben wir zwei neue Arten, die wir bisher noch nie gesehen haben, zumindest was die Mattel-Figuren anbetrifft. Ja, einmal hätten wir hier den Mapusaurus, natürlich ein Theropode, richtig geil umgesetzt mit vielen Details, mit diesem Epic Evolution Gimmick, wo man am Rädchen dreht und dann ploppen quasi diese Stacheln aus dem Rücken raus. Das wirkt natürlich mega cool. Von den Farben her gefällt er mir auch echt gut. Also ich finde, das ist ein absolut Hammer-Modell. Dieser Kopf, der ist sowas von brachial und mit so viel Schuppen überzogen. Ich finde, der wirkt so richtig schön, bei Warhammer 40.000 würde man sagen Grimdark, also so richtig schön brutal und fies und ich finde den einfach nur klasse. Das ist ein richtig geiles Modell. Von der Bemalung her gefällt er mir auch richtig gut, weil man relativ viele Farben hier verbaut hat oder ja, zur Anwendung kommen. Eben dieser, ich sag mal dieses ja, helle Braun, dann dieser dunkle grau, grau-blaue Ton und dann nochmal eine Abdunklung auf der Oberseite, nochmal ein dunkles, ja fast schon Anthrazit-Farben. Also das Farbdesign, finde ich, sieht richtig, richtig klasse aus. Etwas unspektakulärer ist da der Bajada Sauros, der darunterliegende, der ist in eher rötlichen Tönen gehalten mit einer, ja, sehr, sehr ungewöhnlichen, ja, Stachel-Action auf dem Rücken. Ja, also da finde ich ein bisschen schade, dass die Stacheln am Rücken nicht mitbemalt worden sind. Das hätten die ruhig noch mitmachen können. Aber sonst ist die Pigmentierung, ne, in Anführungsstrichen, schon gut gelungen, muss ich sagen. Also die Farben passen einigermaßen für meinen Geschmack. Ich hoffe, der erscheint in der Seele. Ja, das hofft man natürlich. Es sind zwei neue Arten, die auch bis jetzt noch nie von Mattel veröffentlicht wurden. Und dieser Pflanzenfresser mit diesem, ja, komischen Stacheln auf dem Rücken, das sieht aus, als hätte man die Haare in die falsche Richtung geföhnt. So sieht das aus bei dieser Figur. Echt abgespaced. Ein auch sehr, sehr abgespaceder Dinosaurier, den ich aber extrem geil finde, ist der Beckel Spinax. Ein absolut geiles Viech und Mattel hat ihn auch richtig geil umgesetzt. Aber sowas von. Das Ding war in der Serie schon der Hammer und als Figur verkörpert ist das genauso gut. Das ist richtig geil umgesetzt worden. Die Farben gefallen mir richtig gut und die Zähne. Die Zähne sind ein Traum. Mattel, weiter so. Bitte. Das ist so geil. Der Körperbau erinnert mich ein bisschen an den Karcheradontosaurus aus Jurassic Park Warpath. Kannst du dich daran noch erinnern? Der sah nämlich auch so ein bisschen wie so ein Pfeil aus. Also hat so einen spitz zulaufenden Kopf mit diesem Buckel, also mit diesem Nackenbuckel. Hat eine gewisse Ähnlichkeit. Zumindest finde ich das persönlich. Er hat zwar nicht diese Stacheln auf dem Rücken beziehungsweise dieses kleine Segel. Aber so von der Kopfform her ist es eine gewisse Ähnlichkeit, oder? Kannst du dich an dieses Modell entsinnen? Ja, das hatte ich damals ja auch gespielt und da hast du recht. Jetzt, wo du es sagst, kommt mir da auch so langsam wieder hervor. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Aber das Farbdesign erinnert mich ein wenig an das Modell, an den Albertusaurus aus der, welche Serie war das? Dino Rivals. Dino Rivals Serie, genau. Da kommt mir das Design ein bisschen in, oder hat eine gewisse Ähnlichkeit, oder? Kannst du dich daran entsinnen? Ja, zumindest mit diesem Rostweinrot und mit diesem hellen Beige für den Unterkiefer. Das definitiv. Also die Farben klingeln schon. Aber klar, mit dem Olivgrün, das ist ja wieder mit dem Olivgrün in Kombination. Aber der Alberto hat auch dieses Grün gehabt. Deswegen, das ist nicht ganz neu, dieses Farbdesign hier. Ja, das stimmt. Aber er hat natürlich dieses lustige Segel auf dem Rücken, was so ein bisschen eben an den Spinosaurus erinnert. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ich glaube, von dem Beckel Spinox gab es gar nicht so viele fossile, ja, Funde, beziehungsweise relativ wenig Funde. Das heißt, man hat das hier ein bisschen hinzugedichtet. Also in dem Fall Universal, beziehungsweise eben, na, Mattel wird es nicht gewesen sein, sondern eben Universal, weil die machen ja quasi die, die Figuren quasi. Genau. Die designen die ja irgendwie. Genau, oder lassen sie die sein und Mattel setzt das ja dann bloß um. Aber ist eine richtig geile Figur. Und der Nafie Vader auf Instagram, der hat sogar schon ein Review zu der Figur gemacht. Und das ist eine elektronische Figur, hat also auch ein Soundfeature und natürlich auch wieder diese Drehrädchen. Aber das ist eine richtig geile Figur. Und das Schöne ist, diese Figur ist sogar schon bei smithtoys.de jetzt gelistet für Ende Juni, dass der quasi zu uns kommt. Ich glaube Ende Juni war es. Aber auf jeden Fall cool für rund 40 Euro. Geiles Teil. Also eine ähnliche Preiskategorie wie der Roofless Rampage Alusaurus. Ja, so ähnlich. Von der Größe her ist der auch da anzusiedeln. Gut, dann kommen wir jetzt mal zur nächsten Figur. Nämlich der All Out Attack Tyrannosaurus Rex, der für viel Gelächter in der Community gesorgt hat. Willst du mal kurz beschreiben, wie das gute Stück aussieht? Ja, also an sich wie in gewöhnlicher T-Rex. Ganz klar. Denn zwei relativ kurzen Armen, normal proportionierte Beine, Schwanz wirkt auch jetzt einen Ticken länger, wirkt es so für mich. Nur das Kuriose ist, die Leute, die, jetzt geht es mal ein bisschen wieder zurück in die Zeit, die damals die Hasbro Hybrid Line miterlebt hatte. Ich glaube, da brauche ich nur Hybrid Indominus Rex sagen und da wird direkt ein Lämpchen aufgehen. Weil das ist eine ähnliche Action wie beim Indominus Rex. Man drückt quasi auf den Knopf, also bei den Rex den Knopf und dann gibt es einen Mechanismus, wo der Hals quasi von oben nach unten langsam und wieder vor und wieder zurück sich hinabbewegt und dabei halt den Mund aufmacht und ein bisschen, ja, knurrt eher. Brüllen kann man da jetzt nicht sagen. Also ich finde, der Kopf, der winkt regelrecht. oder wie Headbangen für Anfänger. Oder so. Aber das Kuriose daran ist eigentlich nicht diese Action, sondern die Zähne. Ja, das stimmt. Die Zähne, die kann man ja ausfahren mit der Action. Das gefällt mir nicht so gut. Also für all diejenigen, die sich das jetzt, oder die das Modell nicht kennen, wenn der T-Rex das mal aufmacht und dabei gleichzeitig den Kopf nach oben und nach unten schwenkt, werden die Zähne wie verlängert. Also das sieht aus, als hätte der, würde der T-Rex an Parodontose leiden. Das sieht ganz schlimm aus. Also quasi, die Zähne sind fast doppelt so lang und kommen so richtig aus dem Kiefer raus und werden so hervorgeschoben. Und das sieht total ulkig aus. Ich weiß auch nicht, was sich Mattel dabei gedacht hat. Also so eine abgespacede Actionfunktion haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wie zum Beispiel der Giganotosaurus aus der Jurassic World Dominion Serie. Der hat ja auch eine sehr abgespacede Actionfunktionen gehabt, aber das hier ist noch ein Zacken schärfer, finde ich persönlich. Ja. So ein schönes Ja. Okay, nach diesem sehr, sehr kuriosen T-Rex noch eine kurze Info. Auch dieser ist schon auf Amazon vorbestellbar beziehungsweise ist auch schon bei Smith Toys gelistet. Ich muss allerdings gestehen, ich habe ihn für das Review schon vorbestellt, auch wenn er total abgespaced aussieht und ich will den aber trotzdem unbedingt Review, weil der einfach so kurios ist, der muss einfach ins Review. Was ich allerdings noch nicht vorbestellt habe, der aber auch schon gelistet ist, ist der Supercolossal Allosaurus, die mittlerweile, oh Gott, ich weiß es schon nicht mehr, auf jeden Fall ist es schon die x-te Supercolossal-Figur, die Mattel hier auf den Markt wirft. Diesmal ist es eben der Allosaurus. Ja, jetzt hat der Allosaurus auch mal die Chance mal ins Rampenlicht zu treten und zwar jetzt so richtig, jetzt bekommt er jetzt auch seine eigene Kolossal-Figur und ja, wie du schon sagst, wir haben schon x weiß ich nicht wie viele Kolossal-Figuren. Ja, aber es ist schön, mal eine Allosaurus-Variante davon zu kriegen. Da bin ich wirklich auch auf deine Review gespannt, weil das Ding, wie es umgesetzt wird, sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall, aber was zumindest hier auf dem Bild mir nicht so gut gefällt, ist der Kopf, weil der Kopf einfach sehr, sehr zusammengedrückt wirkt, also wenn ihr euch im Vergleich dazu das Review beziehungsweise den Roofless Rampage Allosaurus dazu anschaut, da sieht der Kopf etwas langgestreckter aus und hier bei der Superkolossal-Variante wirkt es etwas gestaucht, als wenn er gegen irgendetwas dagegen gelaufen wäre und die Nase etwas eingedrückt hätte. So wirkt es zumindest auf mich auf dem Foto hier. Vielleicht sieht es in Real noch mal ein bisschen anders aus, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Auf jeden Fall, was man hier schon sieht auf dem Bild, sind auch diese extrem langen Zähne, die auch hier leider wieder zur Anwendung gekommen sind und zwar diese letzten zwei, drei Zähne vom Oberkiefer, die hat man hier wieder so extrem lang gestaltet, keine Ahnung warum, auf jeden Fall sieht es wieder ein bisschen aus wie abgespaced. Also ja, ich habe ja bei meinem Roofless Rampage Allosaurus, da habe ich ja die letzten paar Zähne ein wenig gekürzt in einem noch mal extra Video und habe dann Repaint dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das bei dem auch machen werde, auf jeden Fall, ja, wie du schon gesagt hast, es sieht ein wenig abgespaced aus. Ja, damit hätten wir erstmal im Großen und Ganzen die Neuheiten zum Thema Jurassic World Car Theory besprochen. Man kann ja mit Sicherheit noch viel, viel weiter ins Detail gehen oder noch weitere Meinungen sich einholen. Ich will erstmal das Ganze jetzt dabei belassen. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Folge, denn lieber Marcelo, wir haben uns überlegt, dass die nächste Folge von unserem kleinen Podcast hier anlässlich der nächsten Veröffentlichung von Jurassic World Beyond the Gates, also von Target.com, dieses Special, was immer monatlich erscheint, wir uns hier wieder zusammensetzen wollen und das Ganze besprechen wollen. Und die Folge ist am 26. Juni, wird also die nächste Veröffentlichung vorgestellt und ich denke mal, lieber Marcelo, kurz danach werden wir uns hier zusammensetzen und über die Neuheit, die da kommen mag, sprechen, oder? Was sagst du? Ja, auf jeden Fall, da bin ich definitiv dabei und ich freue mich jetzt schon drauf. Gut, damit sind wir auch am Ende unserer ersten Podcast Folge. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare auf YouTube oder in die Spotify Funktion, wie euch diese Folge gefallen hat. Lasst uns gerne ein wenig Feedback da. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, lieber Marcelo, und natürlich bei unseren lieben Zuhörern. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dinosaurs Toys & Merchandise auf YouTube oder in Podcast Form Jurassic Collectors. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Patrick und Marcelo, ciao, ciao. Okay.